Ja, da bin ich auch schon wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde mit Jocke Retro Spiele. Wir sind, ja, Thema Atari ist gerade und das wird jetzt auch ein bisschen länger bleiben. Das gibt es uns hier, es sind so verdammt viele Spiele. Crystal Castles, das nehmen wir uns heute vor. Dieses Jahr konnte ich jetzt nicht rausfinden. Ich meine, es muss auch Mitte der 80er sein. Schauen wir mal. Spielbildlich wird das hier angezeigt. Hier sehe ich nichts. Atari. Keine Kredits. Ah, 1983. Alles klar. 1983. Schauen wir uns mal kurz die Demo an. Wir haben hier so einen kleinen Teddybär. Okay, die haben ja schon ein bisschen Grafik jetzt. Alles klar. So ein Pac-Man-Klon oder so, kann das sein. Das muss man mal sehen. Dann haben wir hüpfen und dann... Ja, tatsächlich. So ein bisschen Pac-Man. Das sind da die Spenster. Man kann hüpfen, okay. Man muss die Punkte einsammeln. Ah, die haben Verfolgungswarn, die Dinger, ja? Tatsächlich, die verfolgen einen. Hopp. Zack, geschafft. Alles klar. Man muss noch hüpfen. Man kann noch hüpfen, das heißt, es wird schwerer. Okay. Blub, blub. Oh. Warte mal. Blub. Oh. Baumwarns. Ganz viele Baumwarns. Blub. Blub. Aber gut, dass wir teufelschnell sind. Hopp, lauf, 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 lauf. Hopp, hopp. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, nein. Bimischwarn hat mich erwischt. Muss ich alles nur vorne anfangen, oder? Ist nur wirklich diese eine da. Dann können wir... Und geschafft. Alles klar. Hey. Aber ich spiele auch gleich die Stufe. Okay. Das sieht kompliziert aus. Da ist ein Skelett auch noch. Kann man da reingehen? Hä? Was ist hier? Gar nichts mehr. Was ist denn der Quatsch? Alle sind da hinten rum. Achso. Ach Gott. Das war ja ein nettes Gewicht, was ich hier anfallen lassen habe. Muss ich mal hier rumgehen? Kann ich hier irgendwo durch? Ach, hier kann ich hier durch. So. Oh. Da ist ein Bimischwarn. Da kommt nachher die erste Zeit. Achso. Zu lange ist. Zu langsam ist. Ist hier irgendwie hoch? Ich muss da irgendwie hoch. Äh, äh, äh. Wie kommt... Äh, wie kommt der hoch? Komm der nicht hoch? Muss er hoch? Jetzt. Muss allerdings auf dem Skelett aufpassen. Ganz fies. So. Vorne und hinten ist ein bisschen 3D-mäßig schon. Bisschen vorne und hinten. Dann ist das schon ein bisschen schwieriger hoch. So, ich hoffe nicht. Geht mir etwas Gutes? Nein. Ich häng' fest hier. So. Ich kann nichts machen. Ich kann hier jetzt nicht ran. Ich kann hier landen. Oh. Ach! Ich kann sie jetzt einfangen, wenn sie so sind. Auf da. Oh, die Sturm ist aber scheiße. Ja, tatsächlich. Ich kann die einfangen. Ich kann nicht mehr wissen, oder? Okay. Wollen wir ja wissen, oder? Okay. Oh nein, hat er mich gewischt. Böse Bienen. Kann er irgendwie raufsprengen? Ich möchte da hoch. Oh, Bienen. Bienen, 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 bienen. Weg, 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 weg. Kann ich diese Hut einsammeln? Was heißt, ich kann hier einsammeln? Was hat dringend der Hut jetzt? Nicht so wirklich fast. Aber da ist noch ein rotes... ... 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 muss ich das Was? 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 Alles klar. Dum 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 dum. Ich hab's nicht... Ich hab's nicht mehr geschafft. Doch. Ah, ah, ah. Das bin ich da, ne? Ja, bin ich. Ah, ah, ah. Alles klar. Wir lassen es so. Alles klar. Das war nur 70. Ja, und manchmal sind wir schon ein bisschen affischer. Und das schon zu, äh... Was haben wir gesagt? 81? War es 81, ne? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Jo. Dann habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.